hallo ihr lieben heute ist mal das video ein ganz kleines bisschen länger aber ich hoffe es gefällt euch trotzdem oder gerade deswegen ich habe wieder mit dem resin gearbeitet habe ein größeres werk gemacht und deswegen ist es jetzt auch ein bisschen länger geworden ich bin nicht so der fan von extrem verausschneiden deswegen habe ich jetzt einfach so genommen ich hätte jetzt auch zwei teile daraus machen können aber das ist auch okay wenn es jetzt so ist ich mache jetzt aktuell buchstaben gibt es den soll ein name draus kommen und dann habe ich mit so ein gold flöckchen die wunschfarbe war übrigens rosa auch wenn ich selbst übrigens kein rosa fan bin aber anscheinend immer wenn ich für jemand etwas mache dann ist da anscheinend der rosa wunsch immer da und dann habe ich eben die gold flöckchen reingemacht und dann habe ich noch ein bisschen von so einem rosa sand damit da einfach so eine gewisse struktur auch drin ist einfach mal ausprobiert und genau dann habe ich einfach mal die buchstaben gegossen und ich nutze die zeit beim gießen jetzt einfach mal noch mal darauf hinzuweisen resin ist kein spielzeug in dem sinne es ist eine chemische reaktion die da passiert wenn man den härter und das hart zusammen mischt es muss auf schutzkleidung geachtet werden die handschuhe die maske sollte aufgesetzt werden und gerne immer das fenster offen falls es die möglichkeiten gibt nicht jeder hat ja ein fenster wo er arbeitet eben im keller oder so und genau also dann wirklich gut aufpassen weil da kommen dämpfe und die sind halt gesundheitsgefährdend und genau da braucht man halt relativ viel also ich habe ja irgendwann mal angefangen und habe mittlerweile so viele sachen dafür weil man einfach so gerne damit dann auch ausprobiert epoxid hat es ist einfach so wo wo einfach wie so aus zauberhand dinge entstehen wo man es vorher gar nicht weiß man weiß nie wie es dann ausschaut und genau die goldfläckchen übrigens die sind die sinken bei mir immer relativ weit nach unten ich weiß man kann es so ein bisschen beeinflussen mit dem wie lange man das harz ausstehen lässt und aber für mich war dieser effekt jetzt eben auch in ordnung und ich muss schon mal dazu sagen ich habe zweimal buchstaben gegossen also ich habe jetzt einmal gegossen dann habe ich noch was gemacht und aber nur so damit ihr es ungefähr schon mal wisst und genau ich bin beim buchstaben gießen manchmal noch so ein bisschen unbeholfen das liegt aber daran dass ich manchmal nicht genau weiß wie hoch fülle ich es jetzt und dann ist das immer gar nicht so einfach so und weil ich noch so ein bisschen harz übrig hatte habe ich noch mal ein lesezeichen gemacht ich finde es immer recht spannend einfach weiß noch nicht so oft gemacht habe wie funktioniert es eben auch mit so einer geringen gießhöhe was ja immer gar nicht so einfach ist da dann das ganze so rein zu machen und trotzdem noch genug harz drüber zu bekommen und deswegen habe ich erst mal auch wieder mit blümchen gemacht ich mag die trockenblumen sehr und versuche mich da so ein bisschen auszudoben aber wie gesagt durch die geringe gießhöhe bin ich da noch sehr sehr unbeholfen ich tue mich da auch noch so ein bisschen schwer was mir leider erst im nachhinein dann eben aufgefallen ist dass leider das harz nicht unter die blümchen gegangen ist aber wie gesagt ich probiere mich da ja noch ein bisschen aus ich konnte ein bisschen retten dann auch und habe dann unten drunter also als ich es entformt habe habe ich dann noch mal mit einer klaren sicht das ganze ausgebessert es war jetzt nicht das schönste ergebnis aber es hat funktioniert und dementsprechend bin mir gerade gar nicht sicher ob ich das ganze mit gefilmt habe so und dann haben wir nämlich auch schon das ganze entformen der ersten charge der buchstaben ihr werdet natürlich selbst auch den namen dann noch sehen die ganzen buchstaben aber das will ich euch bis zum schluss vorenthalten ihr sollt ihr natürlich das komplette ergebnis dann auch gemeinsam zusammen sehen und genau also die buchstaben es ist unspektakulär deswegen gibt es da auch nicht ganz so viel zu sehen ich finde die buchstaben ja immer ganz schön man kann tolle sachen draus machen eben halt auch schlüsselanhänger was ich halt viel draus gemacht habe also aus einzelnen buchstaben ich habe bisher noch nicht hinbekommen irgendwie das ganze mit mehreren buchstaben an einem schlüsselanhänger aber ich glaube das geht auch wenn man die irgendwie alle miteinander verzwirbelt und aber wie gesagt für mich jetzt erstmal waren die buchstaben sehr wichtig ich hatte dann noch ein n gemacht weil ich verschenke halt öfter mal eben die buchstaben und dies eben aus resten eben auch gerne noch ein buchstaben und genau und dann kommt auch schon das nächste nämlich was ich dann noch machen wollte und habe dann nehme ich ein tablett gegossen und ich muss dazu sagen ich habe zuerst ein bisschen wenig angerührt vom hart und aber das war jetzt dann leider so habe diesen rosa sand wieder genommen ich mag ja im moment so sehr mit anderen materialien einfach noch mal ein bisschen was auszuprobieren und dann habe ich die buchstaben hochgestellt weil ich das gerne als tablett aber eben als 3d mäßig irgendwie darstellen wollte ich fand die idee ganz nett das einfach mal auszuprobieren und eben auch ich muss dazu sagen das kann ich jetzt schon vorweg nehmen so ganz leicht sind die buchstaben noch geschwommen da muss ich nächstes mal gucken ob ich es vielleicht doch ein bisschen anders löse aber ich finde dafür dass die wirklich die sind ein bisschen geschwommen aber nicht viel und aber dadurch ist das wirklich eigentlich gut geworden also ich wollte es aber nur sagen falls jetzt irgendwie einer dann schreibt guck mal ist jetzt nicht symmetrisch ja ich war es und genau wie gesagt ich habe erst mal ein bisschen zu wenig angerührt gehabt ich habe ja im moment dass ich halt unheimlich gerne die kleinbecher nutze um dort halt immer wieder nochmal nachzuhören ich eben dadurch auch ein bisschen flexibler mit der farbe bin wenn ich zum beispiel feststelle beim gießen dass ich dann halt vielleicht doch noch mal statt nur das eine rosa vielleicht noch ein rot mit rein mache weil dann einfach mehr unterschiedliche farben sind die dann so entstehen und es ist aber so ein bisschen gefühlt sache wo jeder ja so ein bisschen anders andere gießen gleich alles und machen das so weil sie vielleicht auch schon ein anderes gefühl dafür haben das kenne ich jetzt so aber nicht und wie ihr seht ich habe mich auch mal wieder dusselig angestellt habe leider ein bisschen rüber gegossen aber ich konnte das retten ich habe es abgewischt und dann ging die reise weiter und habe dann eben weiter gegossen habe erst den rand gegossen habe aber da schon gemerkt okay ein bisschen wenig ist es an harz was ich angerührt hatte und habe dann eben schon im kopf entschieden ich muss nochmal nachrühren und aber wie gesagt mir ist lieber ich habe erstmal ein bisschen wenig muss dann nochmal nachrühren aufgrund dessen weil ich eben auch nicht verschwenden möchte am harz und dadurch muss aber jeder selber entscheiden also viele haben ja dann eben dass er halt irgendwie noch andere sachen gerne gießen wollen wie ich eben aus kleineren geristen habe ich dann eben wirklich die entscheidung getroffen dann oft die buchstaben zu gießen oder eben jetzt mal die lesezeichen und aber wie gesagt dementsprechend rühre ich erstmal und ich lasse euch diesmal raus beim rühren aber das habe ich dann getan so aber ich habe dann wie gesagt angerührt und habe dann ein bisschen weiter gegossen und habe diesmal die kombi gemacht weil ich dachte nur rosa ist einfach nicht so schön und habe es dann eben mit so einem schönen perrweiß gemischt und dann noch mit viel klam hat und dadurch fand ich die kombi eigentlich gar nicht so schlecht ja es ist ja rosa lastig wie gesagt ich bin kein fan vom rosa aber ich mache es natürlich gerne falls jemand gibt der da gerne der rosa fern ist wie gesagt ich selbst bin es nicht aber ich bin eher so der petro typ übrigens habe jetzt aber noch nicht so die optimale farbe beim resin gefunden habe ich schaue aber immer wieder mal und schaue auch nach blau grüntönen ob man sich das wäre ich selber anmischen kann aber da bin ich noch nicht ganz so fündig geworden aber vielleicht wäre jetzt auch selber mit epoxid arzt arbeitet und da so ein optimalem petrol ton hat und gerne mal in die kommentare schreiben und mir dann hinweis geben wo ich suchen darf und dann würde ich mich dann nämlich mal umschauen weil petrol ist halt für mich so ein sehr angenehme farbe und im moment verändert sich so ein bisschen mein farbgeschmack bin da so eine mischung aus blau grün mischung ich gehe so als story time ich gehe demnächst auf die hochzeit von einer lieben freundin und da habe ich ein grünes kleid an ein ja ich weiß gar nicht was das ist ein wald grün glaube ich ein relativ dunkles grün und ich glaube hätte ich vor der weile noch nicht angezogen aber jetzt letztes jahr zum beispiel habe ich bei der hochzeit ein gemustertes bräunlich beiges rotes kleid angehabt also dementsprechend farben dürfen sich verändern lieblinge der farben dürfen sich verändern und dadurch habe ich mich dann so ein bisschen einfach mal anders um geschaut hatte da aber auch hilfe von meiner freundin auch hier ich habe jetzt die buchstaben noch mal gegossen auch wenn ich wie ihr ja gesehen habt dass ich da die buchstaben in das tablett eingegossen habe da ich aber auch die buchstaben so noch mal einzeln mitgeben wollte habe ich dann einfach noch mal die buchstaben neu gegossen und diesmal habe ich übrigens die silikonform umgedreht damit ihr das auch mal aus der anderen perspektive sehen könnt also ist voller absicht gewesen aber so könnt ihr dann auch die buchstaben mal sehen die buchstaben sind spiegelverkehrt es gibt mittlerweile auch silikonformen diese nicht spiegelverkehrt die machen es mir aber persönlich ein bisschen schwerer kann man sagen wie man möchte was wie man am besten halt gießt oder so ich für mich persönlich mag diese spiegelverkehrte weil dann hole ich es raus und dann ist das was für mich persönlich am schönsten ist nämlich meistens die andere seite einfach dann vorne und die die man sich halt immer anschaut wie gesagt aber auch da haben muss jeder seine erfahrung machen wir da gerne am besten das möchte übrigens das epoxid tarts was ich nutze ist resinen vor dekor das nutze ich jetzt schon von anfang an ich habe es ja auch noch kein anderes ausprobiert das ist für mich das leichteste womit ich gut händeln kann und dadurch aber probiert euch da auch gerne aus viele schwärmen vom mastercast vom ultrakast vom was auch immer alles da so gibt wie gesagt ich habe mich da jetzt so ein bisschen daran festgegangen weil ich es halt wirklich sehr sehr angenehm finde und ja also dadurch ich habe die buchstamm gegossen das tablett trocknet noch aus und jetzt kommt der nächste part nämlich das rausnehmen der aus den formen wieder und ich habe noch einen letzten schritt letztendlich dann geplant nämlich dass ich das tablett mit einem goldrand mache gibt es einen tollen goldenen stift den habe ich auch nur durch zufall auf youtube beziehungsweise instagram gesehen der hat sich wirklich ganz gut dafür gemacht der macht sich auch sehr angenehm also der malt auch was ja nicht bei jedem stift so wirklich funktioniert ich glaube wäre so ein bisschen mit so einem grös stiften erfahrungen hat der weiß wie schwierig das manchmal ist da den optimalen stift zu finden der dann eben auch auf dem richtigen material funktioniert wie gesagt ich habe ihn durch zufall jetzt entdeckt und liebe ihn ihn gibt es nicht nur in gold ihn gibt es auch in silber in rosa gold und dementsprechend so hier hole ich das tablett jetzt raus und dann bemale ich es noch aber ihr könnt schon mal schauen so sieht es aus so sieht der 3d effekt aus das schöne ist man kann das tablett dann eben auch noch mal nutzen man kann noch sachen drauf stellen dieses soll dann eben ist für jemanden der dessen hund heißt mal und der hat sich das gerne gewünscht oder sie und genau also man kann ja ganz viel ich habe schon überlegt ob man vielleicht auch fällen noch mal eingießt das habe ich zum beispiel auch noch nicht gemacht ich habe aber noch kein feld so richtig gefunden weil meine meerschweinchen lassen nicht so viel von dem feld übrig und da müsste ich was abschneiden und ich möchte denen die tun mir dann so ein bisschen leid muss ich mal sagen ja fell wächst nach aber ich muss da halt für mich so ein bisschen weiß ich noch nicht wie ich es mache aber irgendwann werde ich auch fell eingießen genau hier habe ich jetzt den rand gemacht ich habe mir erst komplett am rand gemacht und dann noch mal so eine kleine kante oben damit es ich bin selbst nicht so dass ich jetzt immer so zuverlässig das treffe und dadurch konnte ich halt auch so kleine mängel aus merzen und genau und dadurch ich finde es sehr sehr schön geworden und habe die buchstaben dann die anderen noch mit draufgelegt und das ganze ist schon an denjenigen oder diejenige unterwegs ich bin gespannt was diejenige sagt und hoffe euch hat es so ein bisschen gefallen ich weiß wo war mir jetzt ein bisschen anders ich habe ein bisschen viel gelabert das tut mir leid und aber ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen sonntag bis dann tschüss